Diesmal habe ich keine Ahnung, aber ich würde sagen, die Schmiede der Spasten und eine Buggy-Animation. Was ist denn das denn für ein cooler Typ? Aber guck mal, der Typ da im Käfig, der sieht gut aus. Keine Ahnung. Wir können es ja umsehen, nachdem wir das geklärt haben. Warte, warte. Ja, jetzt schön. Das war's wohl für das Vieh. Psst. Ja. Und was wenn? Ich denke, die Huschen mag ich nicht. Was ist denn das für ein cooler Bäuer? Meine. Aua. Meine Frau hat immer gesagt, diese Höhlen sind gefährlich. Ich antwortete, das stimmt nicht. Dass es keine Gefahr gibt. Ab und zu mal eine Fledermaus. Mehr nicht. Ich ahnte nicht, dass da etwas Böses in den Schatten lauerte. Ich dachte, es wäre nur eine Fledermaus. Bis mein Hals in seinen Fängen war. Meine Frau hatte recht. So ein Mist. Ich hab was gefunden. Und jetzt Licht. Na, go. Oh, oh. Die Kohlepfannen erlöschen. Dann sollten wir jetzt rennen, bevor wir im Dunkeln stehen. Nein, da gibt's nur das Ding. Ich kann sie nicht erlösen. Oh, ich sehe gerade nicht durch. Warte, halt an. Ich brauch erstmal Licht. So, jetzt. Entlassen. Das ist das Licht ja aus. Schön. Kann ich nicht. Nein. Die gehen einmal aus dann. Noch mehr? Ich kann nur deiner leuchtenden Waffe folgen. Shit. Oh, links. Licht. Pfeiler. Pfeiler. Ernsthaft. Die Fische nerven mich. Wir sind irgendwie in die Dunkelheit gesprungen, oder? Lenny? Lenny, du musst mal zurückkommen. Ich hab was gefunden. Da ist wieder was ganz, ganz tolles. Erstens liegt da noch gelb. Und zweitens ist hier wer. Verflucht. Ich wusste, meine Magie würde die Klapperkriecher dezimieren. Das ergab sich zwingend aus meiner Theorie, dass Elektrizität bei deren Erschaffung verwendet wurde. Wenn ich nur gewusst hätte, dass es so viele sind. Elektrizität, hier ist noch Geld, das hole ich. Moment, ich weiß noch nicht, wo du bist. Ich muss erst mal dem Ding folgen. Ich muss mich erst mal, muss mich erst mal zu dir durch. Ja, Moment, Lenny, ich... So, jetzt bin ich umgedreht. Und? Ja, und nun? So. So. Das klingt schon wieder wie großes Kino Geht doch Gut, geklärt In den Gitter Das klingt schon wieder Das klingt schon wieder Warte mal einen ganz kurzen Moment Ähm, geht gleich warten So, gut Äh, wo bist du? Ich weiß nicht wo du hingegangen bist, ach da Ja, die würde ich nehmen Es ist so dunkel Das kotzt mich an Hier ist, hier ist, äh, Punkt, Punkt, äh, Punkt, äh, Waffenstandard Jo, bestimmt Wer hätte das gedacht? Hier kommen wir wieder zurück, ne? Jo, doch Ich häng fest Hm, sie ist aktiv Sie scheint auf etwas zu warten Wir müssen herausfinden, worauf Was ist das? Äh Ne, Moment Die Asche brauchen wir ja bei dem Buch, oder? Oh Ich kann drauf schießen Okay Okay, man Ah, das sind Glocken Das sind Glocken Und man folgt dem Ton Ne, bei mir ist es so dunkel, ich seh das nicht Ah, Taste Ich glaube, das ist immer der, der Oh, aber hier liegen Sachen Ja, der zweite, der gelaufen kommt Nö Warum? Ich bin voll So Und nun? Das ist wieder ne Falle, ich bleib schon mal im Gang stehen Warte, zurückziehen, warte, zurückziehen Gut Oh, Gold Das waren zwei Skelette mit Schildern, oder? Oh, die halten ganz schön viel aus in die Blocken Gut 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 Okay. Hätten wir darüber mal geredet, Herr? Ja, diese Spinnen, wie ich die hasse. Ja, die sie kann gerade hier. Jetzt den Weg zurück oder jetzt dort lang? Doch, doch, aber du bist eher der Denker. Ja, da war aber noch so ein Ding, wo wir hin könnten. Schauen wir uns das mal. Kann man mal einer sagen, nach was wir noch alles Ausschau halten sollen? Ich habe das Feuer, aber wir sollen ein Herz besorgen. Ja. Da lang geht's. Entweder zurück oder dort lang. Jo, hier lang? Hier lang? Ich habe noch 99 von daher. Dort lang geht's. Ein bisschen rumprobieren können ja nicht. Ich sehe nichts. Hier können wir rein. Ich habe was knirschen hören. Jo. Jo. Da vorne geht's links rein. Jetzt. Nice. Da vorne geht's wieder was zu bewundern. Okay. Ja, sicher. Fallen. Fallen. Ach, komm. Das macht das Licht. Das macht das Licht an, da ist dort. Unter. Stell dich genau dahin, Paddock. Ich habe Licht. Ich habe Licht. Und jetzt? Jetzt nehme ich das Geld her. Was haben wir denn hier? Ich habe ihn abgefackelt. Ach, Asche. Asche. Ja, ja. Aber für uns ist es gut, dass die Leiche dieses Eindringlings hier... Stimmt. Das spart uns Ärger. Und eventuelle Schuldgefühle. Nein. Wir können jetzt... Also, die Asche haben wir. Aber uns fehlt ja noch die zweite Asche. Müssen wir hier lang, oder was? Ach, hier gibt's den. Oh. Geh. Das ist die Platte, auf der die... Hm. Nein, da ist nicht gut. Das war... Da war... Kein Gra. Wollte Frodo fressen. Hat uns verwechselt. Alles, was man will. Alles, was man ich brauche. Oh. Ich sehe ihn nicht mehr. Jetzt sehe ich ja nichts mehr. Ach, hier. Stimmt, hier war noch was. Hm. Und jetzt? Zurück. Erstmal. Uns neu ordnen. Zurück. Doch. Wir müssen runter von der Plattform aus. Nochmal wieder. Nochmal drauf. Ja. Wohin? Oh, ich habe auch keinen Plan. Es ist auch viel zu dunkel. Ich sehe nichts. Und hier ist gar nichts. Gut. Dann dort lang. Ja, ich teste nochmal alles ab. Ob ich irgendwas vergessen wurde. Dort lang können wir noch. Ich weiß es nicht. Hm. Handet. Vorreckeres Forst. Vielen Dank.